Was unterscheidet Tempur-Material von anderen Memory-Schäumen? Alles beginnt mit der richtigen Formel. Es dauert einen kurzen Moment, es dauert eine Sekunde, bis sich der Körper dem Material angepasst hat. Wir nennen es das Tempur-Gefühl oder die Tempur-Schmelze. Und genau dieses Gefühl ist für mich und für viele Konsumenten eine Art Wow-Effekt. Das Tempur-Material hat eine offenzellige und viskoelastische Struktur, die es sehr anpassungsfähig macht. Das ist das einzigartige am Tempur-Material, die Anpassung der Matratze an den Körper. Ich habe zwei künstliche Hüften. Bevor ich mit Tempur gearbeitet habe, habe ich mich irgendwie daran gewöhnt, dass ich mich nicht auf einer der Seiten ausruhen konnte. Aber mit dem Tempur-Material ist das kein Problem und ich habe einen echten Mehrwert. Der Name Tempur kommt von Temperatur und Polyurethan. Die Körpertemperatur hilft dabei, bis sich das Tempur-Material an den Körper anpasst. Während der Rezepturentwicklung werden unsere Testprodukte strengen Tests unterzogen. Die ursprüngliche Tempur-Formel wurde erstmals von der NASA entdeckt. Seitdem haben wir unterschiedliche Variationen des Tempur-Materials entwickelt, die den unterschiedlichen Anforderungen von Komfort, Unterstützung, Frische und Waschbarkeit entsprechen. Sofern die Matratzen unsere hohen Standards und Bedingungen erfüllen, sind sie für die Serienproduktion bereit. Während das Endprodukt einfach und final aussieht, wird im Hintergrund das Tempur-Material stetig weiterentwickelt, sodass der Optimierungsprozess niemals abgeschlossen ist. Jeden Tag, an dem Sie zur Arbeit kommen, lernen Sie neue Fakten über das einzigartige Material. Wir arbeiten mit einer sehr komplizierten und komplexen Chemie. Es ist unsere unübertroffene Kompetenz und unser authentisches Material, die uns helfen, einen besseren Schlaf zu schaffen.